Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie es mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen-Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 96. Episode des Kunstverkaufen-Podcasts möchte ich auf eine Frage zu sprechen kommen, und zwar von der Silvia. Silvia ist Kunsthistorikerin und hat mir folgende Frage unter eins meiner Kunstverkaufen-Podcast-Episoden gepostet. Da habe ich mir gedacht, das beantworte ich einfach mal in einem Podcast, weil das würde sonst zu lang dauern, das so runterzuschreiben. Und vor allem, dann hast du auch was davon, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Und deswegen lese ich das einfach mal vor, wie wäre es? Also, los geht's. Hallo Nico, bin gerade dabei, meine Malerei im Internet bekannt zu machen. Kennst du Kunstseiten auch international, wo man frei seine Werke ausstellen und zeigen kann? Für eine Antwort bedanke ich mich im Voraus. Viele Grüße. Liebe Silvia, das ist eine sehr wichtige und sehr gute Frage und die möchte ich eben genau dazu nutzen, um ein bisschen, ja, um die unterschiedlichen Facetten so ein bisschen zu beleuchten. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Frage ein, gibt es eine Kunstseite, die sinnvoll ist? Ja, es gibt genau eine Kunstseite, die sinnvoll ist und zwar ist es saatchiart.com. Alle anderen brauchst du dir gar nicht anschauen. Es gibt viele unterschiedliche Seiten, aber letztendlich kopieren sie nur das Konzept von Saatchi Art. Und Saatchi Art wurde gegründet von Charles Saatchi. Der hat zusammen damals eine Marketingagentur, eine Werbeagentur gegründet. Also Charles Saatchi und Maurice Saatchi, nennen sich Saatchi und Saatchi. Und das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Marketingagentur. Daraus ist dann auch Saatchi Art entstanden. Das hat Maurice, ich glaube Charles Saatchi hat das dann gegründet. Der hat dann auch Damien Hirst unterstützt mit recht viel Geld, damit er auch diesen High-In-Form-Aldehyd einlegen kann und so. Und was aus Damien Hirst geworden ist, wissen wir ja, der ist Millionär. Und Saatchi und Saatchi ist immer noch vorhanden. Also es gibt diese Marketingagentur immer noch. Die ist in 84 Ländern vertreten mit 134 Niederlassungen. Die haben knapp 7000 Angestellte. Also es funktioniert. Die wissen, wie Werbung funktioniert. Die wissen, wie eine gewisse Außenwirkung funktioniert. Und dieses Wissen haben sie natürlich, dieses geballte Kompetenzwissen und alles Insiderwissen, haben sie einfach gebannt in diese Online-Galerie. Und das ist Saatchi Art. Jetzt ist das Problem, Saatchi Art ist halt so das Amazon der Kunst. Du hast dort Malerei, du hast Fotografie, du hast Zeichnungen, du hast Skulpturen, du hast Kunstdrucke, du hast limitierte Auflagen, du hast auch Kunst-Advisors, also so Beratungen, wo du dann Leute hast, die immer wieder so über die neuesten Trends sprechen, so Emerging Artists, die neuesten Künstler, die jetzt gerade so am Kunsthimmel aufsteigen und dann auch so Blog-Beiträge, die ziemlich cool sind. Also ich finde die Website an sich auch ziemlich cool und übersichtlich gemacht. Du kannst dann Shop by Price, kannst du dir dann auch so auswählen, okay, ich möchte ein Kunstwerk unter 500 Dollar und so weiter. Also du siehst, die Kunst wird so ein bisschen als Commodities so verkauft, also so als alltägliches Produkt. Natürlich werden dann auch die Künstler dann auch in Profilen hin und wieder dargestellt, vor allem die Künstler, die halt von den Sammlern sehr hoch geschätzt werden. Da werden dann auch Profile erstellt, natürlich, weil das dann auch der Online-Galerie wirklich hilft. Und da hast du dann die Möglichkeit, auch deine Kunst hochzuladen. Die wollen dann halt Provision für jedes verkaufte Kunstwerk und ja, du kannst über diese Website, kannst du auch eigene Kunstdrucke anbieten. An sich eine ziemlich gute Sache. Nur das Problem ist, du konkurrierst dort mit Millionen anderer Künstler. Ja, weil Saatchi Art ist halt genau diese Plattform, die halt auch am meisten genutzt wird. Die haben unglaublich viel Traffic, also viele Aufrufe und das ist halt einfach der Marktführer. Und alle anderen Galerien, Online-Galerien vor allem, versuchen halt dieses Konzept für sich auch anzunehmen und wollen halt mit demselben Konzept erfolgreich werden. Das funktioniert nicht, ne? Das ist so, das funktioniert nicht, weil die halt einfach die breite Masse erreichen wollen. Da waren sie die Ersten, die machen das Marketing-mäßig richtig gut und das ist halt das Amazon der Kunstbranche und dort kannst du halt deine Kunst dann auch präsentieren. Was wäre eine andere Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit wäre, wenn man das halt als Marken-Online-Galerie nutzt. Beispielsweise man hat eine Online-Galerie oder generell eine Galerie, die ein gewisses Thema verfolgt und dann fügt sich eben deine Kunst, liebe Silvia, oder je nachdem, wer jetzt gerade auch zuhört, fügt sich dort bestärkend rein, dass halt das Thema verstärkt wird und das halt konkurrent zusammenpasst mit dem, welche Kunst dann auch dort ausgestellt wird. Da macht es dann Sinn, weil man dann auch den Traumkunden erreicht, weil der Traumkunde dort dann auch sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Aber sowas gibt es online leider nicht, zumindest noch nicht. Wahrscheinlich wird der eine oder andere sich jetzt diesen Podcast anhören und sich denken, vielleicht mache ich sowas mal. Würde mich freuen, dann wird es die Kunst dann auch ein bisschen, wird es halt auch mehr Kunst im Alltag geben und auch im normalen Leben der Menschen. Aber du kannst hier an der Stelle wahrscheinlich schon für dich selber rauslesen oder raushören, dass ich nicht so wirklich überzeugt bin von diesen Online-Galerien. Der einfachste Grund, das sind zwei Gründe, wieder Prinzipien, die du für dich selber verinnerlichen musst, ist es für mich möglich, dort meinen Traumkunden zu erreichen, die ehrliches Interesse an meiner Kunst hat und auch das notwendige Budget. Ja oder nein? Wie wahrscheinlich ist es, dass dich dort jemand findet? Wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil du Millionen von Mitbewerbern hast, weil du unter denselben Bedingungen konkurrierst wie Millionen anderer Künstler. Sehr schwierig, da rauszustechen. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig für sich selber, eine eigene Intention zu formulieren, eine eigene Nische, eine eigene Zielgruppe und dann dort sich dann halt zu platzieren und sehr, sehr viel über diese Zielgruppe zu erfahren, damit du dann deine Kunst genau diesen ansprechend an den richtigen Orten präsentieren kannst. Das heißt, wenn du auf Saatchi Art deine Kunst präsentierst, dann geht es nur darum, eine gewisse Verkaufsplattform für deine Kunst zu schaffen. Aber es geht dann trotzdem darum, erstmal zu verstehen, dass ja Leute erstmal auf dein Profil kommen müssen. Die müssen erstmal aufmerksam auf dich werden. Und das heißt, du musst im Vorfeld dir auch überlegen, wie kann ich Leute auf mein Profil bringen, weil das wird die Website für dich nicht erledigen. Der Algorithmus wird auf dieser Seite eben genau diese Künstler bevorzugen, die besonders gut verkaufen. Warum? Weil sie einfach mehr Geld abwerfen, auch für die Plattformen, weil sie halt von Provisionen leben. Das heißt, schwierig. Online-Plattformen an sich, wenn man mit dem Hochstellen dieser Kunstwerke auf diesen Plattformen das Ziel verbindet, dass ich dort verkaufe, eher nicht so sinnvoll. Wenn du einfach nur eine Plattform bist, auf der du deine Kunst präsentierst, hochwertig präsentierst, Saatchi Art halt eben auch als vertrauensbildende Marke auch im Hintergrund haben möchtest, damit die Leute auch, wenn sie auf deiner Seite sind, auf deinem Profil sind, auch merken, okay, auch mit der Verkaufsabwicklung, das ist alles sauber und so. Das kann eine gewisse positive Wirkung haben. Nichtsdestotrotz müssen die Leute erstmal auf dich aufmerksam werden. Deswegen empfehle ich halt auch, konzentrier dich auf die Dinge, die du kontrollieren kannst. So eine Plattform kannst du nicht kontrollieren. Die verändern heute, morgen, übermorgen den Algorithmus und dann ist dein komplettes Business davon beeinflusst oder vielleicht sogar beeinträchtigt. Wenn du deine eigene Website hast, wenn du deine eigenen Newsletter hast, wenn du darüber Kontrolle hast, kannst du selbst entscheiden, wann deine Kunden, deine Interessenten Inhalte von dir zu Gesicht bekommen, wie sie deine Inhalte wahrnehmen und du kannst das Design ändern, du kannst deine Präsentation anpassen, neue Fotos rein und vor allem musst du nicht ständig Provisionen zahlen. Aber wieder, das macht gar keinen Unterschied, ob du jetzt deine eigene Website hast oder dein Profil auf Saatchi Art. Du musst die Leute auf deine Kunst bringen. Und dazu ist es eben notwendig, eine gewisse Strategie für sich selbst zu überlegen. Ob das jetzt über, meinetwegen, Social Media ist, ob das jetzt über Postwerbung ist, ob das über Flyer ist, ist völlig egal. Es ist nur wichtig zu verstehen, erreiche ich meinen Traumkunden? Wo erreiche ich ihn? Und wie kann ich das in meinem längeren Zeitraum auch schaffen? Und vor allem, wie kann ich daraus eben auch Verkäufe generieren? Und das ist halt... Ja, also ich kenne viele Künstler, die auf Saatchi Art auch ihre Kunst präsentiert haben. Das sieht dann auch schön aus und so weiter. Aber so gut wie keiner hat einfach so verkauft, weil er das oben hochgeladen hat, sondern weil dann irgendwie jemand gefragt hat, wo kann ich denn die Kunst kaufen? Und dann haben sie ihm halt den Link gegeben. Dann waren sie auf der Seite, haben sich es angeschaut und dann ist darüber eben der Verkauf zustande gekommen. Also du musst dann die Leute schon auf diese Plattform bringen. Egal, ob sie Saatchi ist oder was auch immer für eine Plattform. Ist völlig egal. Es ist aber nur wichtig, dass du für dich verstehst, dass die Plattform eben diejenigen bevorzugt, die bereits gut verkaufen oder die jetzt gerade trendy sind, weil die eben mehr Einkünfte bringen als Künstler, die noch nichts verkauft haben. Und deswegen würde ich das jetzt auch so abschließen. Ich hoffe, diese Frage wurde damit auch beantwortet. Liebe Silvia, ich danke dir auf jeden Fall für diese Frage, weil das eine wichtige Frage ist. Denn es sind halt auch viele Hoffnungen, die man damit verbindet, dass man irgendwie online seine Kunst auf einer Plattform präsentiert und dann machen die die Arbeit für einen. Das ist genauso, wie wenn man auf den Galeristen zugeht und sagt, hey, hier ist meine Kunst, verkauf sie, du bekommst Provisionen, ich mache nichts. So, das ist so ein Gedanke, der funktioniert heutzutage nicht mehr. Man muss auch eine gewisse Zusammenarbeit schaffen und halt auch für sich selbst verstehen, dass die Zeiten, in denen man als Künstler sich selbst nicht mehr vermarktet, vorbei sind. Jetzt ist noch die Möglichkeit, auf den Zug aufzuspringen und das für sich selber anzunehmen und für sich selber schrittweise, zumindest in kleinen Schritten, die Selbstvermarktung zu etablieren, damit du dann in drei, vier Jahren wirklich eine super starke Marke hast und dann langfristig auf Basis deiner eigenen Arbeit dann auch deine Kunst verkaufen kannst. Weil wenn du jetzt nicht aufspringst und diese Situation verleugnest, die halt jetzt gerade online ist, weil man kann online seine Kunst verkaufen, die Leute kaufen Kunst online, auch sehr teure Kunst, auch im sechs-, siebenstelligen Bereich. Das ist keine Seltenheit mehr. Wenn du das für dich annimmst und diese neue Zeit für dich annimmst und diese Chancen annimmst und die Selbstvermarktung für dich annimmst, dann wirst du auch Erfolge erzielen und du wirst dir selbst dafür danken, dass du heute den Entschluss gefasst hast, für dich selber die Selbstvermarktung zu etablieren. Weil am Ende musst du die Sache selbst für dich in die Hand nehmen und dann kannst du auch entscheiden, in welche Richtung es geht und in welche Richtung nicht. Deswegen, ich hoffe, diese Folge war hilfreich. Gib mir ein bisschen Feedback auf Instagram, at die Kunenschmiede und kannst mir eine Frage stellen. Vielleicht beantworte ich sie auch mal in einem Podcast und ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst. Und wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Bis dann.